Willst du mehr wissen über die Gesetzmäßigkeit des Lebens und der Menschheit als Organismus? Begehrst du, tiefer zu verstehen, was Ursache und Auswirkungen sind? Um aus dem jahrzehntelangen Erfahrungsschatz von Ivo Sasek und der OCG schöpfen zu können, liegen zahlreiche Lehrschriften, Hörbücher, CDs und DVDs für dich bereit auf unseren Büchertischen. Herr der Wandlungen – eine Autobiografie von Ivo Sasek Für alle, die mehr wissen wollen über die Entstehungsgeschichte und Antriebskraft von OCG, AZK, Klartv und S&G. Organismus – unser Schicksal Weil wir uns gegenseitiges, unausweichliches Schicksal sind, müssen wir lernen, wie man trotz vielen als nur ein Leib lebt. Dieses Familienoratorium auf DVD will dabei helfen. Ruhe ringsum – dieses Büchlein weist den Weg zu einem gemeinsamen Leben, das erfolgreich über den Problemen steht und diese gemeinschaftlich im Griff hat. Revolution der Unterscheidung – eine revolutionäre Botschaft auf DVD, welche jedem Nachplappern, jeder Internetschmiererei, Fernsehschlauheit und Mediengelehrtheit ein Ende setzt. Die Königsherrschaft – eine Leseprobe aus fünf Werken des überkonfessionellen Konferenzredners Ivo Sasek zusammengestellt. Lehrstunden nicht vom grünen Tisch, sondern aus durchgelebter Praxis. Besuche unsere Büchertische. All diese Medien und vieles mehr steht für Interessierte unentgeltlich als Liebesgeschenk bereit. Denn die neue Welt ist ohne Geld. Besuche unsere Büchertische. Denn heute haben wir für dich neben vielen anderen Produkten auch eine neue DVD mitgebracht. Drei evangelistische Großveranstaltungen aus dem Jahr 2016 und 2018 mit den vielversprechenden Themen Faszination – Buch der Bücher Ein Gott für alle? Ja, aber wie? Zur Vollkommenheit bestimmt. Willst du mehr wissen, wie das Leben mit Gott sich ganz praktisch auch in dir ausgestalten möchte? Dann liegt diese MP4-DVD für dich zum Mitnehmen bereit. Übrigens, unsere Produkte findest du auch online auf unserem Internetsender www.sasek.tv Es hat bestimmt für jeden etwas dabei.